Hallöchen und herzlich willkommen Leute bei Counter-Strike bin ich heute mal online, weil heute kam was Neues raus und zwar Operation Blockhound. Keine Ahnung, was ich jetzt momentan gerade machen muss. Ihr kennt ja diese Bionin. Und ich muss jetzt erstmal kurz reinkommen, also ich bin gerade zwei Sekunden, ich habe es selber gerade erst gesehen und dachte mir eben halt, dann nimmst du mal auf, der Schaße. Mal gucken, was wir hier überhaupt machen müssen. Ich kenne die Karte wie immer gar nicht, also. Hä? Was haben wir rein? Tja, weil Special Pro nicht treffen. Und ich habe keine Ahnung, was man hier eigentlich tun muss für Endermission. Schau mal, man kann doch hier einkaufen, oder? Waren wir nicht so... Ach, klar. Äh, ja, wir nehmen unsere M4. Haha. Hallo? Meiner. Hihi. Na, sag mal. Ja, manche von euch kennen das ja. Bin ja jetzt erstmal nur einfach mal so jetzt, äh... Am Machen und am Tuhn. Weil ich ja noch nicht weiß genau, was muss ich hier überhaupt machen. Ja, das war klar, in dem Moment, wo ich mich umdrehe. Du payant. Und da, 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 da. Da, 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 da. haha also merkst du schon die karte hat viele schlupflöcher ja wir gucken uns erstmal ganz cool die karte an oder auch nicht gibt es ja nicht dazu ja natürlich äh da sagen wir wissen ich hasse sowas weißt du spawns wurst im rücken hier nahe mein aiming ist auch wie eine bockwurst heute schlimm 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 aber drauf geschieße hinten drauf geschieße ja natürlich ja ja gott sei dank man für den gab es ja pamp kam ja dann könnt ihr mir ja mal sagen wie ihr die neue map findet hier die erste hier sagte ich selber ich weiß noch nicht mal ob das jetzt eine erfolgsrunde wird oder nicht von daher ganz entspannt wo wo was Ja, ja, hehehe, ab Stauber. Ey, ich muss meine Maus einstellen, die ist voll überempfindlich. Was ist denn das? Was ist denn sonst nicht so? Ja, natürlich. So. Alter, der leckt rum wie Sau. Ey. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Was? Ach komm! Die Sackfressen rennen immer zu zweit rum, das gibt's ja nicht. Man wird immer von hinten weggeholt. Ach, kennt mir jetzt nicht so mein Ding. Sagen wir mal nix dazu. Der wird's, soll ich da machen? Soll ich mich schon umdrehen? Dann nehm ich auch keine Chance. Ja, natürlich! Ey, hier sollte man sich echt besser 45.000 mal vorher umdrehen, bevor man hier was macht. Ja, das ist 77 ey. So kann das niemand werden hier. Nein! Ist ja echt unglaublich, oder? So, dann gucken wir mal. Haben wir die Mission geschafft? Haben sie nicht geschafft? Keine Ahnung. Oh, hier geht's nach XP. Und wir haben ein Kistchen bekommen. Ja, jetzt bin ich grad am überlegen. Machen wir diese Kiste auf, oder machen wir sie nicht auf? Ach komm, Leute. Zurück zum Hauptmenü! Und dann holen wir mal so ne Case. Drei neue Gegenstände. Ja, coole Sache. Als Abscheiden. Na klar, machen wir noch. Und hier müssen wir noch... Ach komm, wir machen die auf. Wir holen uns einen Schlüssel. Genau, gib her. Ich weiß, ich werd's bereuen, aber ist okay, weil... Öffnen. Lalalalalalalalalala. Naja, okay. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, wir sehen uns dann in dem nächsten Video. Bis dann, euer...